Und willkommen wieder zu einer Runde Bad Wars auf dem GOMMA-DEPO-Netzwerfer. Wir spielen mit Krokodil. Krokodil, sag doch mal was. Okay. Und warum? Ah, okay, deshalb. Ja, das wird leicht sagen können. Ach man, Krokodil. Na gut, wir spielen Castle heute mal eine Runde. Ich dachte mal, ich kann ja auch mal anfangen, wieder was anderes als 8x1 zu spielen. Auch mal das alleine. Einfach so. Ich dachte einfach mal so, das könnte man doch einfach mal machen. Weil ist mal wieder auch eine kleine Abwechslung, dachte ich mir. Und ja. Auf jeden Fall wieder demnächst versuchen, ein bisschen Blaues komplett weg. Ja, nice. Auf jeden Fall wollte ich versuchen, mal wieder auch mit den Bad Wars-Bangern da aufzunehmen. Ne, mit meinem Clan. Ähm. Ja, aber das später. Das machen wir später, du. Hopp. 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 Krokodil. Schneller. Gib alles. Du bist der Beste. Du musst nur nicht glauben. Du bist eine Reptilienart. Eine stolze Reptilienart, Krokodil. So, jetzt aber hier hoch. 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 Ushitaka. Uah. Blockheading. Okay, das war dumm. Ich sollte nicht so blöd blockheaden in der öffentlichen Raum hier. Im öffentlichen, ja. Es ist hier alles öffentlich. Habe ich ihn dann wirklich noch erwischt? Ich glaube, ja. Bin mir aber, ja. Er ist gestorben. Na, das ist doch mal eine gute Nachricht. Die macht uns munter. Und immer bunter. Okay, da kommt einer. Tschüss, Mann. Da wollte der ernsthaft zu uns durch, ja. Das finde ich echt nicht okay. Auf jeden Fall wollte ich in der Folge noch was ansprechen, ne. Habe ich mir noch gar nicht erzählt. Ich wollte in der Folge noch was ansprechen. Immer mit der Ruhe, ja. Immer mit der Zeit, Leute. Ja. Wir wollen ja nicht immer hetzen und Hektik und hast du nicht gesehen, doch. Man hat ja auch manchmal Zeit am Leben, ne. Ich brauche noch ein Eisen. Dann habe ich mir wieder ein Schwert. Ein Schwert, das meinen Namen trägt. Hoch am Kopf klebt. Ich köpfe dich heut Nacht. Na, 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 na. Ich werde dir jetzt eine kleben. Und dann wirst du auch gleich sterben. Äh, 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 äh. Ein Stern, der deinen Namen trägt. Hoch am Himmel steht. I, 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 I. Oh, ja. Oh Mann, ich gebe mir selber 10 von 10 Punkten für diesen, äh, für diesen skillreiche Einlage. Schnell. Muss. Gold snacken. Was für Gold? Mann, geh weg, Mann. Wir mögen dich nicht. Wir können so Leute wie dich nicht besonders gut leiden. Okay. So. Jetzt habe ich dich aber Gold, ne? Oh, 4. 5, Mann. Hopp. Auf Wiedersehen. Haha. Ja, meh. Mich kriegst du nicht, Alter. Hasta la vista, Baby. Hasta la vista, Baby. Alter, der kommt. Panik. So, jetzt aber hier. Jetzt müssen wir mal. Geht doch. Ah. Wir leben noch. Lieber roter Freund. So, als allererstes holen wir uns genug Essen, dass wir für immer und ewig Freunde sein können. Hä? Warum Freunde? Ich brauche Eisen. Hast du Eisen? Dann will man nicht, dass Eisen was an Fruchtzwergen ist, sondern Eisen. Komm schon, ich brauche doch nur ein bisschen. Das ist ein Bogen. Und ein Pfeil. Das ist kein Eisen. Ne? Weißt du Bescheid? Och, Mann. Och, Menowin. Ne? Der haut da jetzt den harten Schüssel rein. Ich habe alles außer ne Hanisch, ey. Da kommt wieder die gelbe Rasselbande. Ne? Die sind jetzt beide in der Mitte. Man müsste mal überlegen, ob man die versucht abzupassen, wenn sie wieder auf dem Weg nach Hause sind. Wenn die wieder nach Hause telefonieren möchten. Ja gut. Ja? Ja gut. Habe ich gesagt. Ja gut. Ja gut, habe ich. Ein Stern, der Darkness-Namen trägt, hoch am Himmelszelt. Auf Wiedersehen. So, den haben wir schon mal weg. Ja, ja, der Gelbe da oben. Äh, äh. Okay, ich muss aufhören, Alter. Ja, grün. Ja, grün, grün, grün. Grün, grün. So, dann brauche ich mir jetzt mal ein guter Hanisch. Ohoho. Hätte ich den erwischt. Ne? Hätte ich den erwischt. Ey, ich hätte richtig... Oh, der hat einen Bogen. Ich hätte richtig mich gefreut, ja? Wie so ein kleines Kind. Aber es ist in der Mitte grün auf einmal mit seinem Bogen, ey. Ja, ich werde gerne in die Mitte. Das Problem ist, ähm... Also, die Farben, ne? Grün nervt, gelb nervt. Ja, solange die in der Mitte stehen mit Bogen, bringt mir das nichts vorzugehen. Jetzt mal really. Ohne Schmack, ne? Ja, der eine kauft sich wahrscheinlich jetzt einen dicken Bogen. Der andere rennt im Kreis. Das ist die Verwirrungstaktik. Der will andeuten, dass er nur im Kreis rennen kann. Schießt der gerade auf mich? Wer hat da auf mich geschossen? Ja, legt die mal ab. Ja, geil! Ja, geil! Ich hole mir das Bett, ein Bett, das euren Namen trägt. Ich hole mir mal eben schnell was. Äh, wo war das? Ach, da. Safety first, ne? Ja, gelb. Du trägst, äh, ne Farbe. Aua. Äh. Ey, die Schüsse sitzen aber echt gut, ne? Na, 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 na. Hab ich dich, Freund Sahne. Oh, das war mal wieder ne knappe Sache, ne? Einmal voll heilen, bitte. Danke. Ja, da muss ich nur noch irgendwie... Ja, ja. Es gibt da nur noch einer, Mann. Kommt schon. In der Mitte. So, jetzt hat er dazu gebaut. Da geh ich natürlich gerne mit in die Mitte jetzt. Das ist ja... Er hat nämlich schon Pfeile abbekommen. Nein. 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 Da kommt der andere Spacko, Alter. Nein. Kackt mich an, ey. Alter. Hab ich gerade gesagt, kackt mich an. Alter, was hab ich denn... Was ist denn nur los mit mir? Ich hab mir mit dem Bogen noch, ne? Ohne Witz, ne? Ich danke meinem Teammate, der gelieft ist, dass er den Bogen da reingepackt hat. Ohne Scheiß jetzt. Vielen Dank, ne? Der hat mir im Prinzip den Arsch gerettet jetzt. Du bist ein Held. Wir brauchen Gold, der meinen Namen trägt. Ich erschieße dich heute Nacht. Okay, ich hab dich jetzt endlich down, Alter. Ja, ja. Das läuft ganz gut. Ja, ja. Oh, ich wollte dir noch was ansprechen. Das hab ich voll vergessen, Alter, weil ich so konzentriert war. Und zwar, ähm... Auf dem Gommel-Server kann man mittlerweile mit Slash-Report und dann den Namen Leute reporten, das wisst ihr ja, ne? Das ist das neue Reporting-System auf Gommel für Hacker, also gegen Hacker. Ähm, das find ich richtig nice, denn seitdem hab ich tatsächlich weniger Hacker in meinen Runden gehabt. Es hilft also meiner Meinung nach. Ähm... Ne Sache, die ich dazu leider sagen muss noch. Missbraucht es nicht. Ihr könnt Strafen bekommen, wenn ihr das missbraucht. Ne? Also nicht körperlich, sondern... Ähm... Wenn ihr zum Beispiel ja, mit Slash-Report reportet, ähm, der euch einfach nur beleidigt hat und nicht hackt, dann zum Beispiel könnt ihr auch, ähm, eine Strafe bekommen, wenn ihr damit einfach wahllos Leute reportet. Na? Alter! Komm, komm, komm! Ähm... Ja, das ist auch wichtig, dass ihr das nicht missbraucht, weil dafür kriegt ihr Strafen bekommen und deswegen wollte ich das gerade sagen, damit ihr da euch... Ah! Nicht Wunder hat, wenn ihr Ärger bekommt, wenn ihr da irgendwas Böses macht. Alter! Komm, komm, komm! Hoch, 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 Digga! Ja! 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 Nice! Genau, drei Gold. Äh, Eisen. Ach, er ist gelieft. Na, schade, Schokolade, ne? Aber wir haben die Runde noch gecleared. Oh, das war ja Glück. Mehr Glück als verstanden. Ja! Das nochmal zum, ähm, Hacker-Report-System. Joa! Das war eine Runde Castle. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, schreibt es in die Kommentare, lasst eine Bewertung da und bis zur nächsten Folge. Bis dann und auf Wiedersehen!